Das ist Deutschland. Und das ist Deutschland. Und das auch. Ein Land voller seltsamer Angewohnheiten. Diese Eigenheiten fallen besonders Menschen auf, die in einem anderen Kulturkreis aufgewachsen sind. Mit diesen Menschen haben wir gesprochen. Aus ihren Erzählungen haben wir ein Drehbuch gemacht und deutsche Eigenheiten verfilmt. Ein Film, der helfen soll, uns besser zu verstehen. Ich heiße Sheropel Mabuja. Ich komme aus Zimbabwe. Ich bin der Niki. Und sie ist meine Frau. Ich bin Josh. Ich bin in New York aufgewachsen. Ich bin Ayman Hesnavi. Ich komme aus Syrien. Ich bin Ayham. Ich bin dein Bruder. Und ich bin Medizinstudent. Was würdet ihr denn sagen? Was sind die größten Unterschiede zu eurem Heimatland? Hier ist alles organisiert. Man muss immer den Regeln folgen. Ich meine, das ist so ein Klischee. Aber diese Straße überqueren. Wenn das Licht rot ist, darf man nicht überqueren. Für mich war es schon ein bisschen strange am Anfang. Ich würde sagen, die Deutschen sind schon sehr verkopft. Also sehr alles im Kopf. Alles muss richtig logisch nachvollziehbar sein. Alles ist nach Plan. Muss immer genau passen. Ich glaube, die gehen nie direkt und sagen, ja komm, kann man machen. Am Mittwoch geht. 16 Uhr. Nein. Diese Verbindlichkeit, dass man sagt, ja wir haben einen Termin, dann musst du kommen. Dann entweder sagst du es einen Tag vorher ab. Oder du hast hierher zu kommen, wenn du dich mit dir verabredet hast. Was ist denn, wenn man spontan jemanden zu einer Verabredung mitbringt? Oh, das geht gar nicht. Ohne zu fragen geht es nicht. Man muss immer auf dieses Prinzip und Grenze drauf achten. Darf halt nicht überschritten. Sonst gibt es nur Chaos. Könnte man in Syrien spontan jemanden mitbringen? In Syrien ist es, glaube ich, ganz normal. Die Mutti wird halt alles machen. Obwohl sie gar nicht weiß, wer das ist und ob das überhaupt dein Kumpel ist. Genau. Vielleicht hast du ihn vor der Tür getroffen. Ja, egal. Sie macht ihm Essen. Bei uns ist es auch so, wenn du Essen vorbereitest für eine Party, musst du halt immer, wenn du 50 Leute einladen, musst du halt 150 Leute machen. So und hier hast du jemanden mitgebracht. Ja, aber ich habe nur sechs Brötchen gekauft. Das könnte man ja zum Beispiel verfilmen. Deutsche finden es nicht gut, wenn man spontan jemanden mitbringt. Genau. Ist eine absolute No-Go. Eure Erfahrungen wollen wir ja verfilmen. Vielleicht könntet ihr dafür mal so einen Dialog nachstellen. Okay. Alles klar. Hi. Hi, Cheryl. Alles gut. Ich habe einen Freund mitgebracht. Okay. Ich bin der Sascha. Also Niki, Niki, Sascha. Hi, ich bin Niki. Ja, Sascha. Also Niki, Niki, Sascha. Okay, kommt rein. Ich komme gleich, okay? Wir sind gleich da. Cheryl, kommst du mal kurz? Ja. Ich komme gleich, okay? Ja, wir sind gleich da. Cheryl, kommst du mal kurz? Ja. Wer ist denn der? Wer ist das? Äh, das ist ein Kumpel von mir. Ich habe gedacht, ich bringe ihn mit, weil er gerade bei mir zu Hause war. Boah, aber weißt du, sowas geht gar nicht, ne? Wir sind in Deutschland, ne? Ja, aber das ist nur eine Person. Ja, aber sowas geht gar nicht. Also wir sind hier in Deutschland. Ja, das, aber das ist nur eine Person. Ja, das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber ich finde es halt besser, wenn du voll Bescheid sagst. Weil wir sind hier 30 Leute. Und jetzt ist schon 31. Jetzt sind wir 31. Also wir kommen nicht klar. Es ist, also der Plan ist komplett anders. Ist, ist, ist leider so. Aber ist nicht schlimm. Ist nicht böse gemeint. Aber es geht nur im Prinzip. Alles gut. Okay. Okay, wir haben sich jetzt verabredet. Was machen dann Deutsche so? Grillen ist sehr beliebt. Man hat immer ein Grill von einer sehr guten Marke, wo man die Temperatur richtig einstellen kann. Da redet man auch über Fleisch, was für Fleisch gegrillt wird, ob das Bio ist. So, irgendwie, wenn man dann Biofleisch kauft und das ist Fleisch, das Bio. Das habe ich extra bei einem Bioladen gekauft. Bei einer Grillparty in der Deutsche Wohnung. Es gibt irgendwas so aus Papier, das man fannt. So ganz doll, ne? Und dann jemand steht da so, hey, na? Hey, na, alles klar? Und wenn die sich dann unterhalten, was sagen die? Okay. Hi, na, Cheryl. Komm, also, wir grillen halt im Garten. Okay. Alles klar, komm, wir haben alle Sorte da. Wurst. Wir haben genug Fleisch da, Brötchen heute Morgen vom Bäcker geholt. Es sind noch alle frech. Wir haben alles, was du dir vorstellen kannst. Gibt's bei uns heute Abend. Alles grillen wir heute Abend. Schön. Über was reden Deutsche gerne? Oh, Autos sind heilig. Wenn man einen guten Parkplatz findet, ist man schon sehr stolz drauf. Weil sie sind sicher, dass keiner an ihr Auto was kratzen machen wird. Und vielleicht, wenn man die Möglichkeit hat, sieht man auch vom Fenster raus, ob alles gut ist. Ob da jemand zu nah gepackt hat und so. Wie war dein Weg? Ja, es war gut. Ich bin sehr glücklich, weil ich den besten Parkplatz direkt vor deiner Wohnung gefunden habe. Guck mal, man kann doch von hier aus das sehen. Das ist nicht einfach. Guck mal, man kann das von hier aus sehen. Ach, das ist nicht einfach. Ja. Genau dieser Parkplatz ist einfach mega, weil ich bin mir sicher, da gibt's keine Ausfahrt in der Nähe. Genau dieser Parkplatz ist einfach mega. Weil ich mir sicher bin, dass es da keine Ausfahrt in der Nähe gibt. Und ich bin mir sicher, dass da keiner was zerkratzen wird. Ich hatte echt Glück gehabt. Du hast das Schwein. Ja. Und über was redet man noch so gern? Sie reden gerne über die Autobahnbaustellen. Ich hatte auch eine längere Fahrt gehabt. Weil die Autobahn auf 5, die hat eine komplette Baustelle zwischen der Ausfahrt 19 bis 21. Das war unglaublich. Das war unglaublich. Letzte Woche waren sie auf der anderen Seite. Ich dachte, die wären fertig. Jetzt fangen sie mit dieser Seite an. Oh Mann. Ich hoffe, die sind bald fertig. Aber ich glaube das nicht. Ist immer so. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Was trinkt ein Deutscher hier? Sprudel. In Deutschland gibt es nur eine Wasser, ne? Immer mit Sprudelwasser. Wenn du keine Sprudelwasser möchtest, dann musst du extra sagen. So, jemand aus Deutschland, der Sprudel richtig gut findet. Was sagt der? Aha, okay. Was trinkst du, Niki? Wasser. Nur Wasser. Ja? Ich hole dir welches. Ich hole dir welches. So. Wasser. Oh, geil. Sprudelwasser ist Leben. Oh, geil. Sprudelwasser ist Leben. Sprudelwasser ist Leben. Gibt es nichts Besseres? Besseres gibt es nicht. Was ist bei Deutschen noch so anders? Ähm, aufs Geld achten. Zum Beispiel, wenn man sich verabredet hat. Dann wollen sie vollen Ernst so alles ausrechnen. Und dass jeder so auf den Cent genau bezahlt. Und ich denke mir, ja, mach doch alles geteilt durch sechs. Und dann fertig. Jeder bezahlt. Nein, du hast 50 Cent mehr bezahlt. Und ich denke mir, oh Gott, nein. Also es wird genau aufgeteilt, meine ich, zwischen den Leuten, die da sind. Und auch die Rechnung kommt genauso. 8,17 Euro für dich. 8,17 Euro für dich. Und so. Sorry, ich muss kurz etwas ablenken. Sarah, kann es sein, dass du vergessen hast, dass du mir noch etwas Geld schuldest? Schau mal. Ich habe es hier. Ich habe es hier. Ich habe es vergessen, ja. Das sind nur 6 Euro. Aber eigentlich waren es ja 6,14 Euro. 1 Cent. Und ich habe es also auf uns 8 gerechnet. Und dann können wir es später machen. Ja, 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 natürlich können wir das später machen. Also ich wollte das nur. Ich wollte es nur aufbringen, damit es dann hinterher keiner vergisst. Klar. Ja. Aber wie ist es passiert, dass du es einfach so vergessen hast? Bis zum nächsten Mal. ARD Text im Auftrag von Funk